2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. Ich will die items aus dem Bild fliegen. Da ist eine Kiste oben. Was gut ist drin für uns? Warte, warte, da sind Waffen drin. Die ganze Karten nehmen wir auch mit, können ich mal weiterspielen. Aufspielen. Nein, er ist tot. Was ist jetzt nicht passiert? Ich habe meine Hautbar da unten aufgeräumt. Und ich habe außerdem den Heiltrank genommen. Die Dinger sind gefährlich. Mann, was willst du denn da aus der Tasche klauen? Ist mein Hund beklauen? Ich habe mit der Krabbe auch was geklaut. Alter, der kriegt da oben keine Luft mehr. Oh, oh. Oh, oh. Wer are you darling? Ist das ja gerade ein Regal oder so umgefallen bei ihr Nachbarn? Ich habe das auch gehört, Alter. Ich habe den Kühlschrank einfach umgekippt. Wir haben ja was Neues ausprobiert. Der eine springt vom Schrank runter mit dem Schwanz genau in die Muschi oder so. Er hat den fliegenden Schwanz gemacht oder so. Aber dabei noch bitte eine 360 Grad Drehung. Ja natürlich. Ich springe vom Rekairo da auf sie rauf, Alter. Ich wünsche mir Glück, dass ich dich nicht treffe. Gucken, was ich würfel. Oh. Scheiße. Ich habe Ifan gekillt im Durchdashen. Nö, 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 nö. Unfaced, you breathe deeply and ask her name. Wie heißt du? Was sag ich mit Red Prince los? Siehst du das auch? Ja schwul. Ja das auch. Ist er auch bei dir zu Rayman geworden? Shisha, Shisha. Da oben sind zwei. Ja. Was machen die? Glaub nicht. Lol. Die klonen sich. Nein. Oh nein, ich habe Angst. Schon wieder? Schon wieder? Schon wieder? Schon wieder? Was? Ja komm her, mehr Kills. Hör dir mal auf. Sag mal. Nicht schon wieder. Wie viele da sind. Ich will da hin. KFC. Jonathan, hier liegt er. Das ist ein Magister. War aber sein Kumpel, mit dem ist er hier gelandet. Und jetzt, äh ja. Hä? Gareth. 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 Oh nein. Ich geh. ausrasten. Erstmal looten. Erstmal Loot da drin abholen. Red Prince nicht reinlaufen. Ist der Loran da? Nimm mal ne Nase Red Prince. Das stimmt. Der Flop Influenz und Was ist das ein Oblivien in PC? Red Prince macht doch jetzt mal was. Was kann ich? Hör auf damit! Ey, was für ne Pätze alter. Digga, hast du im Fas auf den Kopf geschwimmen? Ja! Ja, ja, ja. Was mach er denn? Wer weiß was er tut. Hä? Als ob das Haus kein Dach hätte. Okay, das ist jetzt Bullshit. Das ist absolut Bullshit. Ja, okay. Wenn wir schon mal wieder dabei sind. Das ist einfach zu overpowering. Die sind schön auf dem Mann. Die liegen ja am Boden und... Ja, kiss dir. Weißt, was tut? Oh, 32 HP, schaffe ich das? Einfach kompelt. Lehnst ihn auch so auf den Tisch. Und genießt die Aussicht. Hey, du bist Magister, du musstest sterben. Ich will leider nichts mehr. Ich bin ja unterm Tisch und will mich verhaften. Raue ich so eine Welle im Pflanzsee auf dieser Island oder so ein Scheiß. Island und er. Das ist noch nicht mal drei. Was ist denn los, Alter? Ich weiß halt, ich mach das jetzt. Nein. Das tut es gut. Oh Gott, er trägt seinen Körper an mich. Oh Gott. So long, it's for the light of love. Okay, stopp, stopp. Nein, warum bin ich mir jetzt reingeritten? Leave the way, my darling. Oh nein. Er hat eine liebes Affäre jetzt. Farewell. Nein. Nein. Was hast du getan? Weißt du, was du... Du hast das von gejinxed, was du jetzt gerade... Was du von geblaschen hast. Was du kein Besatz Sex hattest. Du hast das gejinxed. Er hat mir gerade gesneefed, Digga. Das ist noch das mal. Das war Melody. Er ist mit der Lion-Ziehn, Digga. Er ist mit der Lion-Ziehn. Ich halte das sonst mit den anderen nicht aus. Warte, da ja Healing grad negativ ist, tut der Red Prince nicht ein, die sich mit Gift heilen. Warte mal. Wir gucken, ob ich jetzt platze oder nicht. Ey, ich hab aber Pluspunkte für die Exekution gekriegt. Ich dachte, Minus und Minus ergibt ihr ja auch dann wieder Plus, Alter. Digga, wir sind hier nicht im fucking Mathe, Alter. Das ist doch der Stuhl. Da steht er doch. Er hat mir den Stuhl unterm Arsch weg. Oh, guck, die da mal an, Junge. Die könnte sich mal nicht wehren. Die, hör doch auf. Portrait of the wine. Lucien. Das wird ein bisschen schwieriger. Oh, die Gart kommt hier rein. Nein. Doch. Ich hab ihn jake, ich hab ihn jake. Xardos. Oh nein. Wie, die kommt hier rein. Nein, nein. Sofort die Tasche in den Taschen rumfielen. Aeroblast. Er ist hingefallen. Warum ist hier jetzt wieder Curse-File? Oh, Mann. Oh, Lord, Jesus. Nein, nicht dich selber, Mann. So, was hast du jetzt gespottet, Junge? Wie hieß es, Alter? Wie soll ich es damit heißen? Das ist ein neues Potion Large Speed, Potion Real. Das ist ein neues. Potion Large Speed, Potion Real. Lol. Lol, hier ist ein Drache. Ach so, das ist das Drachenkind von dir. Ja, Mann, Red Prince Kind. Wie nennen wir ihn? Jim? Jimbo. Jimbo, okay. Weißt du, nicht in die, nicht irgendwie in die Wippo oder so ein Kram oder irgendwie so Kinder, kleinen Krieg haben. Ab in den Krieg, Junge. Ab in den Krieg, direkt. Ab in den Krieg, direkt, bin ich in die Schlacht. Ab in den Namen mit dir, du Bastard. Junge, Alter, eine Wehrpflicht ruft, Junge. Warum muss ich den Jarrag anfassen? Warum bin ich bewusstlos? Das habe ich nicht schon gedacht. Ja, gute Frage. Kann er jetzt mal aufstehen? Ja, auf, du Bastard. Wenn du, du kannst mich suchen. Wenn du, du kannst mich suchen. Wenn du, du kannst dich suchen. Ich will mal Zigaretten holen, Mann. Will die, will die dafür sein, auch aufs Maul hauen, dass sie dafür, dass sie Kippen holen war? Alter. 90% Dodge, ne? Gut gemacht, Dallas. Du hast mal wieder alles. Alles super. Ey, echt super. Einmal mit Profis hier, ne? Du bist dein Quellenkönig, ja. Lucian anrufen, steht da. Was? Cry out to Lucian, steht da. Lucian anrufen. Warte, oder ich kippe jemanden. Tötet ihn jetzt. Ich tötet euch alle, Mann. Alter, der soll mich nicht treffen. Ich muss mich verwandeln. Nein. Transformation komplett. Was zur Hölle? Wir kämpfen gegen riesen Drachenvieh. Wir kämpfen gegen, keine Ahnung, was das ist für ein Alien. Wir kämpfen gegen Antti. Alles hauen sich auch gegenseitig auf die Fresse und jetzt tippen sich da hoch. Alter. Bracus. Nein. Oh. Come on. Please. Der macht Feuer, ist mir egal. Ich dachte gerade, der ist jetzt, der fällt runter. Ich dachte auch gerade, der ist runtergefallen. Oh, der Kraken kommt. Nein, der kommt nicht. Wolla, der kommt. Wolla, der kommt nicht. Wolla, hör auf. Ja, mach mit Luft. Ja, genau, das bringt nichts. Nein. Wolla, ich fahne. Nein. He-Man, He-Man. Lol. Lol. Der ist da gestorben. Ja, hat Bracus gestorben? Hab ich Bracus gekillt? Ich hab mal ein Execute gehabt. Er ist tot. Oh, Gott. Oh, Gott. Haha, nein. Wie eine Mr. ist auch mit in der Küste? Das Erste. Your choice is made. Oh, Gott, was passiert? Oh, Gott. Oh, ich bin jetzt mit Red Prince hier. Wir sind gegenüber. Ja, nein. Wir müssen uns alle gegenseitig killen. Ja, da hab ich keine Chance gegen dich. Es kämpfen wir alle. Geil, das war so klar. Komm her, Junge. Oh, Gott. Oh, ich muss es leider tun. Es tut mir leid. Okay, doch nicht. Jetzt sitzt du da einfach. Ja, Mann. Immerhin kann ich mitzugucken. Boah, jetzt muss ich wie irgendwelche Entscheidungen getreffen, wenn wir das ordentliche, oder? Boah, keine Ahnung, Alter. Macht es uns das Erste, weil wir von... Weil das ganze Playthrough drüber hieß, ja, Alter, du wirst der Nächste Divine. Und jetzt machen wir das einfach. Oh, shit. Oh, Junge. Und so it ended. A tale that began with my own ill-fated attempt to rid the world of the God-Walker. A new Divine Rose, a true heir to the Seven, more powerful than ever, and United Rivellon in its battle against the Void. All across the realm he was loved, worshipped and adored. Humans, lizards, elves and dwarves all rally to his banner. The Great Allegiance stood once more, but the war continued. From the depths of the Void, the God-King still sought to return. That one day I can be freed, that one day a new God-woken will rise. Und was war das bei mir geskillt? Hä? Wurde nichts geskillt, das ist glaube ich zu Ende. That is not to say, of course, I could ever forget about you and the intimacy we have. Oh, God. When all is at its darkest, so long will it be a long time. Er erinnert sich einfach dran, Scheiße. Oh, man. Ja, was lief denn da? Ich hab ihn gerade noch so abweisen können, abwimmeln können, aber Junge, Junge, da wurde schon grenzwertig. Ich habe das Buch wiederum lesen, schauen über deine Geschichte wieder einmal. Er spüren über alle Details mit einer neuen Perspektive und du weißt was? Der belesene Boy. Es ist sch***. Ha! Hmhm. Ist da wahrscheinlich vor der Ende. Mit der Lady Vengeance schneiden, genau, wir können hier reden. Du sprichst die Kommande an der Lady Vengeance und ein anderes Chapter beginnt. Ja, ich bin bereit. Ich bin auch bereit, Junge. Wir machen gleich noch einmal. War raged on. Arks remained the center of power as the races united behind the Divine. Aber die Void-Woken-Attacken weitergingen, wie es anders war. Der Ancient Empire of Lizards wurde eines der Pillars des neuen Divine Allianz. Die Houses der War und der Schäden waren besonders wichtig in der Kampf gegen den God-King. Die Island of Fraught-Joy remained ein Sorcerer's Paradise, ein Platz von Exile für die die Sorcerer threatened zu bringen in den Void. Für ihre Well-Being, ihre Residenz betrachtet völlig auf der Benevolenz des neuen Divines. Driftwood schlugte auf der Seite der Verlust, bis die Nacht, die Void-Woken kamen, für die Schäden alle getötet wurden. Dieses Ding hat aber auch ein Ende für die Vanille. Der namenloser Fall wurde verliebt. Fane traveled Rivelon, notebook in hand, recording the wonders he discovered. He kept a socket peeled for signs of the Eternals, hoping to find the wife he had lost. He's still looking. And then there was you. You returned to the world as the undead God-Woken, who failed to become Divine. Did you accept your failure with dignity, or did it destroy you? Yeah. Only you know the truth. You and one other. For the god king still calls your name. Do you answer? Only you know if you atone for your sins. What? Alter, da haben wir's durch, Junge. Junge. Alter. Das fühlt sich wie so ein Film. Ich guck. Digger. Jetzt geht im Kino, soll das Licht an. Es ist zu Ende. Wir sehen die Credits. Das... Das... Das der Tag... Kommt und... Oh mein Gott. Wie lange habt ihr jetzt so viel gebraucht? Michi 300 Stunden, ich über 200. Was? Ja, nie durchgespielt. So viele Playthroughs und dann immer an einem bestimmten Punkt aufgehört. Und jetzt haben wir es komplett durchgezogen. Das Game hat so viele verschiedene Enden, ne? Ja, also das... Alles... Alle deine Aktionen über das Playthroughs machst. Ändern sich jetzt... Ändern jetzt die Endcredits quasi. Wir haben... Viele gute Sachen gehabt. Aber auch einige, wie zum Beispiel Driftwood. Alter, der kommt ja von der Void zerfickt. Weil wir einfach gesagt haben, nö, wir wollen die Power haben. Oder du. Ja, die Dörfer verhungern, manche. Ja, genau. Wir hätten das... Wir hätten die Void abschließen können. Aber dann hätten wir ganz andere Credits wieder gehabt. Also... Boah. Alter. Boah. Boah. We公 않을keit.